Moin und herzlich Willkommen zu Searchcamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß. Ja, moin. Schön, dass ihr da seid. Searchcamp 327. Ja, der SEO-Monats-Rückblick für den Juno 2024. Ja, der letzte Podcast vor der Sommerpause. Das stimmt nicht ganz, denn nächste Woche gibt's noch den Summer-Break-Podcast, wo ich nochmal zusammenfasse, wie war mein erstes Halbjahr so, wie geht's beim Podcast weiter und so weiter und so fort. Dann mache ich ein bisschen Sommerpause. Am 30. Juli hören wir uns dann das nächste Mal mit dem SEO-Monats-Rückblick für den Juli 2024. Aber zwischendurch ein bisschen Pause und dann könnt ihr vielleicht ja nochmal alte Folgen hören, worauf auch immer ihr so Lust habt. Bevor ich loslege, ganz kurz noch Mini-Werbe-Blog. Ich habe zwei neue SEO-Online-Seminare bereitgestellt. Die findet ihr bei OM Campus. Einmal zum Thema Markup und das andere Mal zum Thema International SEO. Ich habe quasi ein neues Format gemacht, den SEO-Deepdive, wo ich mir ganz bestimmte Themen wie Markup zum Beispiel richtig in der Tiefe angucke, alle Tools anschaue, alles, was man so braucht. Wenn ihr Lust habt, omcampus.bluefusion.de Jo, dann habe ich euch heute mitgebracht 17 Themen insgesamt, wie immer in Blöcken und wie immer auch die Stichpunkte und die URLs findet ihr natürlich im Blog. Müsst ihr einfach in den Shownotes draufklicken, schon seid ihr da. So, also das erste Themengebiet heißt natürlich, wie sollte es anders sein, AI-Overviews. Die hatten wir ja schon beim letzten Monatsrückblick und jetzt ist natürlich noch ein bisschen was passiert. Was vor allem passiert ist, naja, Thema Nummer eins. Google hat den Hahn nicht komplett zugedreht, aber ziemlich zugedreht. Je nachdem, welchen Analysen man glauben mag, zeigen nur noch zwischen sieben und neun Prozent aller Suchergebnisse so ein AI-Overview an. Das liegt natürlich vor allem daran, dass einfach sehr viel Unsinn und Müll geliefert wurde und man sich offensichtlich noch ein bisschen Zeit geben möchte, um das Ganze vielleicht ein bisschen geschickter und besser zu machen. Naja, Thema Nummer zwei. Google hat ein neues FAQ zu den AI-Overviews bereitgestellt. Da ist eigentlich nichts Neues drin, aber das fand ich nochmal einen schönen Hinweis. Google sagt ja insgesamt, den AI-Overview, den kannst du eigentlich nicht abschalten. Wenn er dich trotzdem stört, es gibt den sogenannten Web-Filter und das ist eine, ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Das muss irgendwie relativ brandneu sein. Also, wenn du mal wirklich einfach nur zehn normale Suchergebnisse ohne optischen Schnickschnack irgendwas haben möchtest, dann gibt es jetzt oben so einen Filter, der heißt Web und der liefert dir genau das, nämlich einfach nur zehn Suchergebnisse. Und all der andere ganze Krempel ist weg. Eingeschlossen die AI-Overviews. Thema Nummer drei. Interessanter Test von Brody Clark, der hat einfach mal geguckt, diese AI-Overviews, wie tauchen die denn so in der Search Console auf? Und ja, gibt da sowieso ein paar Probleme? Nicht alle in den USA kriegen die AI-Overviews, dann muss es halt eingeloggt sein und so. Und okay, es gibt immer ein paar Einschränkungen. Aber jetzt mal angenommen, wir haben jemanden, der klickt auf so ein AI-Overview, klickt da drauf auf die Link-Card. Und auch dann muss man sagen, ist es nicht völlig klar, wie das gezählt wird. Denn es gibt unterschiedliche Arten der Einblendung. Es gibt zum Beispiel die Link-Cards, die sind direkt sichtbar. Aktuell testet Google übrigens, dass die Link-Cards komplett oben stehen, was natürlich noch mehr Klicks bringen würde. Manchmal sind die Link-Cards aber auch eingeklappt. Manchmal sind sie nur so halb eingeklappt. Und da ist gar nicht so immer ganz klar, wie das Ganze zählt. Respektive, wenn es zum Aufklappen ist, dann wird man in den Daten sehen, dass natürlich die Klickrate dessen sehr, sehr hoch sein wird. Denn wenn ich das Ganze schon mal aufgeklappt habe, werde ich sehr wahrscheinlich auch draufklicken. Und da muss man natürlich insgesamt mit den Daten sehr vorsichtig sein. Also bitte, wenn ihr euch auch beschäftigt mit AI-Overviews, lest euch da bitte mal in Thema Nummer drei rein. Ja, Thema Nummer vier. Nochmal Brody Clark. Der hat natürlich auch, wie so ziemlich jeder SEO, hat mit diesen AI-Overviews herumgespielt und hat versucht, dort als Link-Card aufzutauchen. Was hat er halt gemacht? Er hat einfach das, was auf seiner Seite stand, hat er sehr stark an das angepasst, was der AI-Overview ausspielt. Also wenn da steht, irgendwie SEO ist eine ganz tolle Sache und ich schreibe ungefähr das gleiche bei mir auf die Website, dann ist die Chance hoch, dass ich eben selber auch als Link-Card ausgespielt werde. Hat auch bei ihm super funktioniert. Er hat allerdings leider auch gesehen, dass es, ja, es ist nicht unbedingt ein langes Spiel, denn sobald sich das Wording ändert, also das, was Google da ausgibt in den AI-Overviews, muss ich mich ja auch wieder daran anpassen und dann, ja, das hat Google gemacht. Sein Ranking war sofort wieder flöten. Und dadurch, dass er den Text geändert hat auf seiner Seite, hat er zum Beispiel an anderer Stelle verloren. Er hat nämlich sein Featured Snippet verloren. Und das ist natürlich irgendwie echt eine blöde Sache. Also ich versuche auf der einen Seite was zu erreichen, auf der anderen Seite geht es mir wieder flöten. Also erstmal grundsätzlich keine Empfehlung daraus, außer dass man wirklich sehr genau überlegen muss, was man da jetzt eigentlich wirklich macht. Und nochmal, in Deutschland haben wir das Ganze sowieso erstmal noch nicht. Der nächste thematische Blog mit nur, ja, einem Thema heißt Zukunft, fand ich ganz spannend, wollte ich euch noch mitliefern. Und zwar, was wir ja sehen, und das finde ich eigentlich gerade total spannend, wir hatten ja jetzt eigentlich Jahre der Stagnation. Also es gab Google und Bing und das war's. Also bezogen auf welche Suchmaschinen gibt es. Und jetzt gerade poppt so eine ganz neue Welt auf, muss man sagen. Also dass viele kleine Herausforderer kommen wie Perplexity, aber es gibt eben noch mehr davon. Und da wollte ich euch, habe ich euch einen Link mit reingepackt unter 5. Das ist ein Beitrag von heise.de und auch nochmal einen Link auf Perplexity, weil die haben auch wieder was Neues rausgebracht, nämlich die Perplexity Pages. Ja, also Investoren gehen da steil drauf, Nutzerzahlen, naja, geht vielleicht noch so. Falls ihr auch so viel Bock auf das Thema habt, ich will das gar nicht so stark hier vertiefen. Mich interessiert es, weil ich aus der Ecke komme. Trotzdem, wenn ihr ein bisschen Überblick haben wollt über das Thema, was gibt es da draußen so an neuen Suchmaschinen, an Herausforderern, gerade Perplexity, guckt euch bitte Thema Nummer 5 auf jeden Fall mal an. Ja, kommen wir zum thematischen Block Suchergebnisse. Thema Nummer 6. Ja, Google hat ja vor einiger Zeit umgestellt auf Continuous Scroll. Das heißt, früher war es so, es gab 10 Suchergebnisse auf der ersten Seite und dann klickst du unten auf die 2 und dann kommt eine neue Seite wieder mit 10 Suchergebnissen. Das hat Google eben abgeschafft vor einiger Zeit. Also es gab Continuous Scroll und das heißt, quasi wenn ich am 10. Suchergebnis angekommen bin, habe ich quasi einmal nur das Mauszeigerchen bewegt oder habe auf meinem Smartphone gewischt und schon war ich beim 11. Und ja, das ist, will Google jetzt wieder kassieren. Erst Desktop, glaube ich, dann mobil, aber auf jeden Fall ist es bald wieder weg. Begründer von Google waren, glaube ich, Geschwindigkeitsgründe. Also ja, mag so sein. Also offensichtlich war es jetzt nicht so ein heißes Thema, dass Google das unbedingt beibehalten wollte. Was natürlich Ergebnis dessen, wie da sein wird, es wird in der Search Console wieder leichte Verschiebungen geben. Das heißt, oder jemand, der vielleicht vorher auf Platz 11 war, hat vielleicht noch ein paar mehr Impressionen und vielleicht auch Klicks abbekommen, jetzt wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, so wie es damals eigentlich auch kaum Verschiebungen in den Zahlen gab, wird das jetzt ungefähr auch wieder so sein, glaube ich. Nächstes Thema, Backlinks. Thema Nummer 7. Es gab eine sehr schöne Studie von Internet Marketing Ninjas. Die haben mal geguckt, ob Backlinks eigentlich noch relevant sind, weil Google sagt ja so, ja, Top 3 ist das Ganze nicht mehr. Mehr haben sie dazu gar nicht gesagt. Und Content ist uns total wichtig und jada, jada, jada. Ja, und da hat jetzt mal die Internet Marketing Ninjas, haben sich mal ganz viele Suchergebnisse angeguckt und haben eigentlich geschaut, wer steht eigentlich vorne. Und die Hoffnung war so ein bisschen, ein sogenanntes Unicorn zu finden, also eine Website, die ganz vorne steht und eigentlich kaum Backlinks hat. Wobei, auch muss man sagen, es ging um etwas, um Commercial Phrases, also natürlich schon um Suchbegriffe, die kommerzielle Relevanz haben, die auch ein gewisses Suchvolumen haben. Zusammenfassung, sie haben keine Website gefunden, die kaum verlinkt war und trotzdem vorne stand. Schlussfolgerungen, Links sind immer noch wichtig. Und vor allem natürlich dann, wenn man konkurrenzstarke Themen hat. Wenn du jetzt einfach nur für Bioladen Emsdetten ranken möchtest, es gibt nur einen Bioladen in Emsdetten, dann brauchst du jetzt vielleicht nicht noch irgendwie 70 Backlinks. Aber natürlich, wenn du für kommerziell relevante Suchbegriffe gefunden werden willst, kommst du offensichtlich nicht drumherum. Themenkomplex, Google Search Console. Ja, Thema Nummer 8, ganz kurze Sache. Es ist ja so, dass im Bereich Verbesserungen gibt es einen Report für fast alle relevanten Google Markups. So, und da hat Google jetzt eine Sache entfernt, weil bisher gab es noch einen Report für das How-To-Markup. Da How-To-Markup keine Relevanz mehr hat, ist jetzt auch dieser Report flöten. Also, wenn ihr euch wundert, hey, da war doch sonst immer ein Report, der ist jetzt weg, der kommt wahrscheinlich auch nicht wieder. Ja, Themenkomplex, Markup, Thema Nummer 9. Für Shops vielleicht ein spannendes Thema. Und zwar ist es so, bislang konnte man, und das gab es auch noch nicht so wahnsinnig lange, im Product Markup, also auf einer Produktdetailseite, konnte man die Rückgabebedingungen hinterlegen. Naja, und wenn du hunderttausend Produkte hast, dann hast du halt hunderttausendmal dieses Markup da eingebaut für diese Rückgabebedingungen. Und da hat Google jetzt gesagt, ja, das ist ja ganz lustig, aber das kannst du jetzt auch zentral machen für den Shop. Und zwar baust du einmal Organisation Markup in deine Startseite ein, und da kannst du es quasi einmal zentral hinterlegen, anstatt dass du es noch jeweils pro Produkt machst. Alternativ funktionierte natürlich weiterhin, und das wäre auch meine bevorzugte Lösung, das Merchant Center. Nummer 10. Google hat darauf hingewiesen, fand ich eigentlich einen ganz interessanten Hinweis. Wenn du Markup per JavaScript generierst, wird Google damit in der Regel nicht umgehen können. Das heißt, wenn du Markup hast, ist es wichtig, dass es direkt im ungerenderten HTML-Code vorliegen muss. Und das haben schon ein paar Websites damit vielleicht ein Problem, nämlich wenn du solche Bewertungen nachlädst. Also optimal ist es immer, es im ungerenderten HTML-Code zu haben. Ich habe jetzt kein Beispiel gefunden, wo es jetzt anders wäre, um es irgendwie zu widerlegen. Weil mein Gefühl ist, dass es eigentlich doch funktionieren sollte. Google sagt jedenfalls, mach es bitte einfach nicht. Okay. Ja, der nächste thematische Blog, Fallstudien, Daten, Dokumente. So ein bisschen Rest der Rampe, stimmt nicht ganz. Aber ja, Thema Nummer 11. Schöner Beitrag auf Mors. Da wurden vier verschiedene A-B-Tests ausgewertet. Und ja, eigentlich zwei von denen habe ich mir mal herausgesucht. Die anderen sind natürlich auch ganz interessant. Aber Thema Nummer 1 dabei ist, es gibt ja die alte Frage, ob eingeklappte Inhalte von Google höher oder gleich bewertet werden, wie nicht eingeklappte Inhalte. Und Google sagt, ist uns vollkommen egal. Tests zeigen und auch diesmal wieder, eingeklappte Inhalte scheinen schlechter zu ranken als ausgeklappte. Der andere Test war der, dass man Artikel-Markup eingebaut hat und festgestellt hat, das hat überhaupt nichts gebracht. Keine Ranking-Verbesserung, keine Traffic-Verbesserung. Also ja, fand ich auch ganz spannend. Auch zum Thema Markup werde ich im August übrigens auch noch einen Stream machen zu der Frage, was bringt Markup eigentlich? Und da ist das hier ein total schönes Thema. Thema Nummer 12, für euch eine Checkliste zum Herunterladen, und zwar eine EEAT-Checkliste. Es gibt ja verschiedene Dokumente von Google, wo sie sich äußern darüber, was eigentlich in Bezug auf EEAT optimal wäre. Da muss man natürlich immer ein bisschen kritisch draufgucken und sollte auf jeden Fall auch wissen, dass nur wenn ich das alles implementiere, dass ich dann nicht zwangsweise besser ranke. Und ein paar dieser Themen sind vielleicht auch für andere Märkte spannender als jetzt für Deutschland slash Europa. Weil wir haben zum Beispiel auf jeder Seite gibt es ein Impressum, auf jeder ordentlichen zumindest. In den USA ist das zum Beispiel nicht üblich. Also diese Checkliste auf jeden Fall könnt ihr euch herunterladen als Google Sheet, sehr umfangreich, schönes Ding. Kann ich nur empfehlen, sich da seine eigene Website einfach mal anzugucken und zu schauen, wie man da so rankt. Trotzdem nochmal Hinweis von eben, selbst wenn man sich da an alles dransetzt, wird man nicht zwangsweise besser ranken. Aber man kann davon ausgehen, dass es mindestens auch für die menschlichen Besucher der Website gut ist. Thema Nummer 13. Es gibt ja die PAA-Ergebnisse. People also ask. Im Deutschen heißen die einfach nur weitere Fragen. Das sind so kleine Blöcke, die in den Suchergebnissen auftauchen, wo verschiedene Fragen sind. Dann kann man das aufklappen. Dann kommen noch mehr Fragen, noch mehr Antworten und so weiter. Und hier hat mal jemand geprüft quasi, wo kommen die eigentlich so her? Aus welchen Quellen? Das fand ich eigentlich ganz spannend. Das erste hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht, aber die meisten Antworten kommen von der Wikipedia. Und dann gibt es noch natürlich ein paar ganz andere. Es gibt insgesamt top. Also man hat hier 22 Quellen identifiziert, die sehr gehäuft vorkommen. Und trotzdem, 54,3% der Antworten kommen von keiner dieser Quellen. Und das merke ich auch bei vielen Kunden natürlich. Du hast wirklich die Chance, in diesen PAAs aufzutauchen. Also das ist nicht immer nur zwangsweise die Wikipedia. Die macht sicherlich einen großen Anteil aus. Aber nochmal, du hast eine Chance, da zu erscheinen. Thema Nummer 14. Cyrus Shepard hat eine neue Fallstudie veröffentlicht, in der insgesamt 50 informationale Websites ausgewertet wurden, die bei vergangenen Updates zu den Gewinnern oder den Verlierern gehörten. Und jetzt muss man wie immer natürlich sagen, okay, geringe Datenbasis, 50 Websites, reicht das oder reicht das nicht? Klar, das muss man sicherlich mit Vorsicht genießen, was da steht. Ich fand aber trotzdem zwei Sachen nochmal interessant. Und nochmal, ob das jetzt statistisch valide ist oder nicht, soll jetzt gar nicht so mein Thema sein. Ich fand zwei Sachen interessant. Das erste Thema, da ging es um Markup. Und da hat er festgestellt, dass zu den Gewinnern gehörten eigentlich nicht unbedingt die, die jedes verfügbare Markup reingepackt hatten, sondern eher im Gegenteil. Also viele der Gewinner hatten eigentlich wenig Markup drin und viele der Verlierer hatten viel drin. Da kann man sich überlegen, was man damit machen möchte. Es ist natürlich nach wie vor so, und das hatten wir ja gerade schon mit dem Artikel Markup, es gibt so Markup, was einfach wenig Impact hat. Und ich kann es mir zum Teil so erklären, dass es eben, ich sag mal, kleinere Websites gibt, die versuchen einfach alles reinzukloppen, um möglichst jedes Signal noch zu liefern an Google, was dann allerdings am Ende des Tages nicht über den vielleicht minderwertigen Content hinwegsehen lässt. Und das zweite nochmal, was er gefunden hat, dass er keine statistisch signifikante Beziehung gefunden hat zwischen den Autoreninformationen und dem Traffic. Das heißt, ganz egal, und auch das ist ja so eine EEAT-Thematik, muss ich unter jedem Blogbeitrag schreiben, von wem er ist. Und hier hat man eben festgestellt, zumindest bezogen auf diese Datenmenge, die man ausgewertet hat, es gab keinen Zusammenhang. Also auch wenn du keinen über uns oder so eine Author-Bio da drunter packst unter deine Blogbeiträge, kannst du wahrscheinlich immer noch trotzdem gut ranken, auch wenn es in Bezug auf EEAT nicht zu den Best Practices gehört. So, der letzte Blog heißt Hinweise. Jetzt kommen noch drei, lass mich nicht lügen, doch drei Hinweise von Google. Genau. Thema Nummer 15. Fand ich auch nochmal ganz spannend, ist mir auch schon mal aufgefallen. Also, in der Google Search Console, im Report Leistung, da stehen ja verschiedene URLs drin. und grundsätzlich ist es so, Google kanonisiert immer alles. Das heißt, die URLs, die da ausgespielt werden, sind quasi nach der Kanonisierung. So, jetzt ist es aber manchmal so, dass da URLs auftauchen mit einem Hashtag, mit einer Raute. Das dürfte eigentlich gar nicht sein, weil spätestens, oder die Raute ist kein Bestandteil der URL. Spätestens nach der Kanonisierung müsste die weg sein. Also, warum stehen da URLs mit einem Hashtag da drin? Oder mit einem Segment? Und Google sagt, ja, das passiert. Und zwar dann, wenn wir diese URLs mit dem Segment als Zeitlink ausspielen. Also, wenn ihr das mal seht, dann ist nichts kaputt bei euch. Eher positiv. Google spielt Zeitlinks aus, in denen ein Segment drin vorkommt. Kann schon mal passieren. Ja, Thema Nummer 16. John Müller, der geschätzte John Müller, hat erklärt, warum er manchmal nicht detailliert auf Fragen antwortet. und, ja, die, da war nochmal eine ganz klare Begründung, dass oftmals werden die Antworten dann aus dem Kontext gerissen und dann hat Google eigentlich mehr Aufwand, dieses Falschzitieren einzufangen und sich mit den falschen Antworten zu beschäftigen und, ja, in der Folge, ja, versuchen sie dann wirklich eigentlich nur noch Fragen zu beantworten oder manchmal kann ich auch verstehen, dass sie überhaupt keine Lust mehr haben, was zu beantworten oder wenn, dass sie halt nur Sachen beantworten, wo, wo es auch völlig klar ist, dass man das nicht falsch verstehen kann. Und damit kommen wir zum letzten Thema, Thema Nummer 17. Da geht es um XML-Sitemaps und da gibt es ja das schöne Last-Mod-Attribut, was grundsätzlich von Google gewünscht wird und da merkt man auch, dass sich am Markt ein bisschen was tut. Also Last-Mod sehe ich heutzutage viel häufiger in Sitemaps. Also, da tut sich ein bisschen was und Google sagt jetzt aber noch mal Last-Mod. Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Last-Mod, Zitat, should reflect the date and time of the last significant update to the page. Also es geht nicht darum, wann wurde sie das letzte Mal geändert. Also sprich, wenn ich einfach nur unten die Jahreszahl austausche gegen die neue, sollte das nicht im Last-Mod Auswirkungen haben. Und da muss man natürlich sagen, das wird schwierig. Also, jetzt haben wir schon relativ lange gebraucht, bis Last-Mod so, ja, ich sag mal, relativ flächendeckend verfügbar ist. Und jetzt geht es auch noch um significant. Also sprich, das Gleiche ist ja nicht nur bei Blog-Beiträgen, sondern auch, wenn ich einen Online-Shop habe und ich habe vielleicht einfach nur den Preis geändert. Die Seite ändert sich dadurch, ist es significant, nee. Und da glaube ich, das ist wieder so eine nette Sache, das hat Google sich ausgedacht. Mehr wird das erstmal nicht sein, weil die Systeme das einfach sehr wahrscheinlich gar nicht unterstützen können. Im Prinzip müsste man ja dann, wenn man irgendein Update an einer Seite macht, müsste man einen kleinen Haken setzen können, ob das jetzt significant ist oder nicht. Oder das CMS oder Shop-System müsste erkennen, war das jetzt eine signifikante Änderung. Und selbst wenn, hat Google gar nicht gesagt, was sie als signifikant ansehen. Also schon natürlich, aber sind fünf Worte oder 20 oder so, ist das signifikant, sagen sie natürlich nicht. So. Das war das. 17 Themen habe ich euch mitgebracht. Ja, ich hoffe, dass, vielleicht hört ihr das ja hier sogar schon im Urlaub. Einige Bundesländer haben ja schon Sommerferien. Wir hier in Nordrhein-Westfalen kriegen es erst jetzt am 5. Juli. Freue ich mich schon drauf. Ist immer eine sehr schöne Zeit im Jahr. Wie gesagt, nächste Woche gibt es nochmal den Summer Break. Und, ähm, ja, ich werde für euch am Thema SEO dranbleiben. Ich freue mich auch sehr darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, äh, lasst mich nicht lügen, nächste Woche bin ich auf Borkum, treffe mich mit dem Christian Kunz von SEO Südwest und Stefan Godulla. ne, also wir als Trio machen ja auch immer den SEO Jahresrückblick. Und, ja, wir treffen uns einfach mal zum, ja, schwimmen gehen. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass das Wetter gibt es her, dass wir das können. Ich werde den Neopren auf jeden Fall einpacken. Und, ähm, ja, freue ich mich wirklich drauf. Freue mich auf eine gute Zeit. Hab viel vor. Wir werden viel machen. Und das kann ich euch auch nur wünschen. Also macht was draus. Und, dann hoffe ich, dass wir uns, ja, Ende des Monats zum 30. Juli zum SEO Monats Rückblick für den Juli wieder hören. Das war's für heute. Ich wünsche euch was. Schönen Sommer. Bis denn. Tschö.